Zeit für etwas Neues, das dachte ich mir, als ich das jetzt so geändert habe mit den Playlists. Ihr könnt mir gerne euer Feedback dafür da lassen, also ich werde jetzt alle Videos in Playlists packen, wie ihr ja schon seht, damit ihr auch einfach besser den Überblick habt. Ich hatte es ja bereits angekündigt, je nachdem wie das Voting abläuft, mein einziger Kommentar auf 12 Views war halt, mir ist es egal, bla bla, also, ja. Wird so oder so wohl geguckt von dieser Person und ich kann nur sagen, ihr könnt auch gerne auf dieses Video hier dann den Vote setzen, wie, ob ihr es vorher besser fandet, ob ihr beides wollt, also ob ihr eins wollt, nur Aufrufe, nur Playlists oder aber beides, also. Da lasse ich euch komplett alleine die Wahl und, ja, ich dachte mir halt wirklich, es ist Zeit für etwas Neues und möchte es wirklich mal ausprobieren, wie es ankommt. Ich weiß, in letzter Zeit kommen viele LP-Berichte, aber, naja, ich denke mal, sowas gehört einfach dazu, wenn man sich Mühe geben will und so. Also, naja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ach ja, was ich noch hinzufügen wollte, neue Tomb Raider-Teile sind bereits geletsplayed. Wird schon im vorletzten Level des zweiten Aktes angekommen und muss nur noch alles zusammenschneiden. Dead All Life Extreme Beach Volleyball möchte ich ab sofort probieren, jeden Sonntag ein Video hochzuladen. Wir werden mal gucken, ob es klappt. Aber jetzt wirklich, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr bleibt dran, wenn ihr es bisher gewesen seid. Und so weiter, den Rest kennt ihr ja schon. Tschüss!